Oho, ich habe Angst. Ja, ich grüße euch zum Finale. Heiß ich euch herzlich willkommen. Es wird sehr dramatisch, sehr melancholisch, episch. Ach, was da hab ich da, ey. Es wird einfach nur extrem mies. Wow, ich hab den ersten Angriff überlebt. Ich Glückspilz. Habe ich denn weiterhin so viel Glück? Tja, nope. Naja, kann ich nicht sagen. Schließlich hat's ja mit Glück zu tun. Ich wollte auch nicht so viel sagen, aber ich muss irgendwas sagen. Weil wer guckt sich denn so was an, was keinen Sinn hat? Aber momentan schlage ich mich ja ganz gut. Zumindest meinen Glücksgefährte. Ich habe Fortuna abgeschworen. Ich nehme mir doch über andere Glücksgötter, die mir dann... Ach, kommt schon, so war's doch schon immer in der Geschichte. Es gibt tausend Götter für was. Ich meine, wie viele griechische Götter und Göttinnen für Wein gab's denn? Mehr als drei, soweit ich zählen kann, aus meinem Gedächtnis. Also das ist eigentlich nur voll Schwachsinn. Natürlich sind Religionen Schwachsinn. Ich entschuldige mich bei jedem religiösen Menschen, der mal in Let's Plays guckt. Das ist Blasölie. Das ist... Das ist... ...Bertutus. Porno einmal getroffen. Jetzt... das ist... ...man kann nur hoffen, dass es nicht oft genug in die Mitte geht, weil da wird man in... ...ja, 80 Prozent aller Fälle gekillt. Und irgendwann wird's so ungenau, da kann ich sie auch nur noch in 90 Prozent aller Fälle treffen. Da... Da... Uh! Ich kann ja Kamikaze machen! Jetzt war ich ja gerade kurze Zeiten verwundbar. Special-Attacks gelingen mir auch nicht. Das war eine Special-Attack. Ich glaube, das war Doppeltreffer. Hey! 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 Jetzt bin ich oben. Das ist vielleicht gerade mal eben gut. Hey, ich hab ne Idee. Ich bleibe oben. Um sie dann... ...so platt zu machen. Ja, Mann! Die einzige gute Idee bisher dieser Let's Play, oder? Okay, überhaupt keine gute Idee. So, schieß. Nein! Ich will oben! Oh! Ich will oben bleiben! Ich will oben bleiben! Ich will oben bleiben! Stirb doch endlich! Wie viel AP hast du, Mist? Oh, der Hölle! Um mal eben... Oh, mal Punkte zu zitieren. Leck mir die Braune so, so aus der Relay! Leck sie mir AP! Hey, komm schon, Mann! Okay. Ihr könnt dieses Let's Play an die Wand lecken, ey! Ich... Ich glaube, ich mach ne Fail-Korrektion dazu. Boah, das wär perfekt! Das wär perfekt! Also, ich will euch nur damit zeigen. Wie verzweifelt man doch sein kann, wenn man gegen die stärkste Frau im Universum antritt! Na ja! Okay, also ich hab gesagt, alles andere wird jetzt als Fail aufgeschrieben, bla bla. Und jetzt kommt mein neues, kürzestes Video, wie gesagt. Ich dachte mir, weil es ist vielleicht amüsant, mich failen zu sehen. Deswegen... Fail 1, Fail 2, alles wird aber... Alles wird ein Part sein. Also, bis denne! Ich freu mich schon auf den nächsten Fail! Wir sehen uns! Und... Ja, immer schön die Nerven behalten. Das sag ich an euch, damit ihr nicht so viele Fehler machen könnt, wie ich und ich... muss auf der nicht mal die Schnauze halten. Ich muss auf der nicht mal die Schnauze halten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!